... und der König steht ganz links. Er hat auf der Hand eine Untergabe, weil er ist jetzt ein König. Er ist dankbar zu den Kopf. Wir sind hier nur aus Sorbic, in die Hathur, die dritte Frau. Schau Sie, der Raum, der jetzt pecht, die ist nach vorne gespitzt. Er ist jetzt ein König, ja, wie Sie sehen. Aber hier, an diesem Rand, das ist ein Falken Gott, aber wie gesagt, ist der Hand. Die Stange, die Stange, die Stange, die heißt, ein Graf, oder ein Treffer. König und Gatte, und die Hände. Und die Frau, hallo, hat die rechte Hand zu hier. Schauen Sie mal, das ist bestimmt falsch. Und das rechte Hand, die Laufen muss oben, unterbrechen, nach unten. Die Finger sind alle hoch. Das war nicht im Laufe der Zeit, weil die Mädchen sind, die jetzt hier waren, die gibt es nicht. Aber lange Zeit, unter uns, setzt sich die Mädchen vor. Das war ein großer Hass in den Tabakonischen Zeiten.